Hey Leute, willkommen jetzt mal an deinem Vlog. Ähm, hier machen wir heute einen kleinen, äh, kleinen Showtürf und die wir heute kaufen. Ich nehme euch einfach mal mit. Wir fahren nämlich nach, äh, Lille von Zittau bei einer Gerstorf. Vielleicht kennt ihr das, ich blende schon mal ne Karte ein. Und ja, ich nehme mir einfach mit, wie gesagt. Und wir fahren jetzt hin. Und wir versuchen jetzt mal an, um und den Händen zu zeigen. Und wir versuchen jetzt ein bisschen zu stellen. Also, wir versuchen jetzt mal zu treffen. Ja, und ich bin ein bisschen dabei. Und wir lassen uns nicht mit den Händen. Bis zum nächsten Mal. 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 Auf jeden Fall, jetzt wird hier ein bisschen zusammengeräumt und hier drinnen auch das Bett aufgebaut, der Schlafbereich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir fahren jetzt zum ersten Ziel. Das ist so ein kleiner Grenzübergang, Feldweg, Waldweg, das würde ich mir hier mal gerne angucken nach Tschechien. Nach 200 Metern links abbiegen. Das ist jetzt noch ein Kilometer von hier aus und ich nehme euch einfach mal mit. Leute, die Leitflang hier, das ist die Grenze nach Tschechien. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier hört der deutsche Weg auf. Hier steht so die Grenzübergang für Deutschland. Hier steht so die Grenzwilde für Deutschland. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020